Selbstexperimente haben mein Leben verändert. Zum Guten und Schlechten. Meine Selbstexperimente bringen mich dazu, meine Komfortzone zu verlassen. Und sie sind auch oft der Grund, dass ich dauerhaft etwas in meinem Leben ändere. Ich erzähle euch heute von 5 Selbstexperimenten, die einerseits positiv lebensverändernd waren, verheimliche euch aber auch nicht die wenigen, die negative lebensverändernde Auswirkungen auf mich hatten. Heute geht es um Schlaf, Zucker und das vielleicht beste Selbstexperiment aller Zeiten. Ich habe versucht, 30 Tage aktiv gegen meine innere Uhr zu leben. Da aktuell wieder Zeitumstellung ist, wissen viele von euch vermutlich, wie sich das anfühlt. Diese Umstellung nimmt Menschen zweimal im Jahr dazu, ihren kompletten Tagesrhythmus durcheinander zu bringen. Gegen den eigenen Rhythmus zu leben, kann aggressiv machen, beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit, die Lebensqualität und kann auf Dauer zu ernsthaften Erkrankungen führen. In meinem Selbstexperiment habe ich das auf die Spitze getrieben und die Auswirkungen waren extrem. Ich bin echt dauernd müde, ich bin unkonzentriert, ich kriege meine Arbeit nicht mehr hin. Wenn das nicht besser wird, muss ich es abbrechen. Also habe ich das Experiment in der zweiten Woche aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen und eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. Ich lebe jetzt nach meiner inneren Uhr auf die Minute genau. Was ist denn eigentlich die innere Uhr genau? Die innere Uhr legt fest, welchen Chronotyp wir haben. Also ob wir eher Morgenmenschen oder Nachtmenschen sind. Dabei hat fast jeder Mensch eine individuelle eigene Uhrzeit, die ideal ist für sie oder ihn. Diese Zeit ist genetisch festgelegt, kann sich im Laufe des Lebens aber verändern. Kinder sind meist Frühaufsteher, als junge Menschen sind wir nachtaktiver und im hohen Alter werden die meisten von uns wieder Frühaufsteher. Also legt nicht nur das Erbgut die perfekte Zeit fest, sondern auch unser Alter. Okay, alles klar. Und wie kriegt man jetzt seine eigene innere Uhrzeit raus? Also welche Uhrzeit ideal zum Aufstehen, Essen, Sport treiben oder Arbeiten ist? Ich konnte das dank eines Haartests herausfinden, der mir unter anderem meine ideale Schlafenszeit verraten hat. Dafür habe ich damals mit Bodyclock zusammengearbeitet. Und die Auswirkungen der Ergebnisse hat wirklich alles positiv verändert. Meinen Tagesablauf habe ich erstmal angepasst. Dank der Empfehlungen basierend auf meinen Zeiten waren die Vorschläge auch sehr klar und das war nicht kompliziert. Vor allem die Bettzeiten haben einen riesigen Unterschied gemacht. Ich bin morgens sehr schnell wach, starte viel klarer und besser in den Tag und bin auch über den Tag wacher und konzentrierter, auch weil ich nachts besser schlafe. Und jedes Jahr zur Zeitumstellung muss ich meinen Wecker auch wieder eine Stunde umstellen, damit ich weiter synchron mit meiner inneren Uhr bin. Statt um 6 Uhr muss ich dann um 7 Uhr aufstehen. Und seit einem Jahr läuft alles wirklich viel besser als vorher. Dabei habe ich noch nicht mal alles umgesetzt, was auf der Empfehlungsliste steht. Ich nutze also immer noch nicht das ganze Potenzial, aber das, was ich verändert habe, hat mir sehr geholfen. Nicht besonders geholfen hat mir ein anderes Experiment und ich leide bis heute tatsächlich unter den Konsequenzen davon. Ich habe einen Monat lang 400 Stunden gearbeitet und das war der Horror. Das gesamte Video war für viele von euch ein Weckruf bezüglich der eigenen Arbeitszeit und viele von euch haben die Möglichkeit genutzt, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das habe ich auch getan. Nochmal kurz zu mir, um das ein bisschen einzuordnen. Ich bin selbstständiger Regisseur und Autor für Film und Hörspiel. Die meisten Selbstständigen arbeiten durchschnittlich 58 Stunden pro Woche. Bei mir waren es vorher 50, 10 Stunden am Tag und manchmal kam am Wochenende auch noch ein bisschen was dazu. Bis zu diesem Experiment. Ich finde sterben gar keine so schlimme Vorstellung mehr. Diese Aussage hat mich tatsächlich selbst, als ich es geschnitten habe, ziemlich schockiert, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich das auf Kamera gesagt habe. Der große Vorteil des Experiments war, dass mir klar geworden ist, dass die Qualität meiner Arbeit immer weiter abnimmt und ich mich körperlich kaputt mache. Besonders klar wurde das aufgrund meiner Hände. Laut meiner Hautärztin eine stressbedingte Hautreaktion. Aber was ist da genau passiert? Bei übermäßigem Stress wird die Schutzfunktion unserer Haut beeinträchtigt. Das kann zu Purosität führen und dazu, dass mehr Feuchtigkeit aus der Haut verdunstet. Dadurch kann die Haut bei Stress vermehrt Spannungen, Rauheit, Schuppigkeit und sogar Trockenheitsfältchen entwickeln. Stress trägt somit zur Austrocknung der Haut bei. Bei chronischem Stress und emotionalem Druck wird der Zustand schlimmer und bleibt länger sichtbar. Und jetzt ein Jahr später sieht es langsam besser aus, aber es ist immer noch nicht ganz weg. Und in stressigen Phasen, und die gibt es in jedem Leben immer, zeigt sich diese Reaktion wieder. Seit dem Experiment habe ich regelmäßig Probleme an den Innenflächen meiner Hände und wenn es besonders schlimm ist, bricht die Haut da auch auf. Zum Glück ist das seit einem halben Jahr nicht mehr passiert. Die Hautstellen werden nur noch trocken, aber sie brechen nicht mehr. Insgesamt ist das hier das erste Mal, dass ein Symptom, das in einem Experiment auftaucht, danach nicht mehr verschwunden ist. Für mich war es daher umso wichtiger, langfristig den Stress zu minimieren. Allerdings kostet mich das auch. 2023 habe ich meine Arbeitszeit nach einer kurzen Phase von 25 Stunden pro Woche auf 35 Stunden eingependelt. Mit 25 Stunden pro Woche habe ich einfach nicht genug Geld verdient, um meine Kosten zu decken. In 35 Stunden schaffe ich meine Arbeit und bleibe gesund. Allerdings verdiene ich auch spürbar weniger Geld, da ich weniger Aufträge annehme. Im Moment hält sich das aber alles ganz gut die Waage. Mega Stichwort Waage. Für meinen Körper war das nächste Experiment das Beste. Da viele von euch gefragt haben, erzähle ich auch gleich, wie ich einkaufe und worauf ich dabei achte. Aber erstmal, wie geht's mir jetzt? Ein halbes Jahr nach dem Zuckerverzicht. Ich verzichte immer noch extrem auf raffinierten Zucker, den Industriezucker, und es geht mir wirklich viel besser damit. Dieses Experiment hatte einen super nachhaltigen Effekt auf mein Leben. Ich habe den Tag über mehr Energie und vor allem nach dem Mittagessen keine Tiefphase mehr, in der ich müde werde. Die ist einfach weg. Meine Haut ist besser und seitdem sind meine Hände auch nicht mehr aufgebrochen und mein Gewicht hat sich stabilisiert. Vorher ging das je nach Stresslevel hoch und runter. Natürlich auch, weil ich mehr Zucker gegessen habe, wenn ich mehr Stress hatte. Ich habe ja nicht ein bisschen Zucker konsumiert, sondern das Zeug regelrecht in mich reingeschüttet. Die durchschnittlichen 450 Gramm am Tag im Video waren kein Witz, sondern das war für mich der ungesunde Weg, Stress zu kompensieren. Damit lag ich ein bisschen über dem durchschnittlichen Verbrauch. Wie viel Zucker wäre eigentlich okay? Die Empfehlung der täglichen Zuckerdosis liegt bei 25 bis 50 Gramm, je nach Körpergewicht und Kalorienbedarf. Die Realität sieht aber anders aus. Pro Kopf konsumieren die Menschen in Deutschland jeden Tag knapp die doppelte Menge. 95 Gramm. Das sind fast 34 Kilo Zucker pro Kopf im Jahr. Ohne Zucker geht es mir auf jeden Fall besser. Und ich kann leichter ganz darauf verzichten, als wieder ein bisschen anzufangen. Also im Grunde wie eine suchtkranke Person. Aber gab es seitdem nicht eine einzige Ausnahme? Habe ich das wirklich komplett durchgezogen? Nein. Natürlich gab es inzwischen auch wieder Ausnahmen. Aber nur sehr kleine. Zum Beispiel Senf. In Senf ist Zucker enthalten und trotzdem gönne ich mir manchmal ein bisschen was davon. Bewusst und in Maßen. Aber eine richtige Zuckerbamme? Doch, vor kurzem. Meine Oma hatte Geburtstag und ich habe ein kleines Stück Kuchen gegessen, weil ich sie nicht verletzen wollte. Für manche Menschen ist nicht nachvollziehbar, warum Zucker auf einmal ungesund ist. Den mochtest du doch immer. Ja, das Ergebnis war, ich hatte einen kleinen Zuckerschock. Also Herzrasen und später ziemliche Kopfschmerzen. Mein Körper ist diese Menge Zucker einfach nicht mehr gewohnt und ich möchte ihn auch gar nicht mehr daran gewöhnen. Okay, aber worauf achte ich beim Einkaufen? Ich achte vor allem auf die Inhaltsstoffe und die verschiedenen Worte für Zucker, wie diese hier. Steht das drauf, versuche ich Alternativen zu finden. Bei Senf hat das nicht geklappt. Da ist aber auch wirklich nicht viel Zucker drin. Ansonsten koche ich nur noch selber und vor allem damit. Pausiert gerne mal, das gibt es alles im normalen Supermarkt. Zumindest bei mir. Ich habe durch den Zuckerverzicht vor allem besser kochen gelernt und meine Ernährung ist bunter geworden. Am Anfang kostet das alles ein bisschen mehr Zeit. Vor allem, wenn man auf jeden Inhaltsstoff gucken muss. Aber dann geht es immer schneller. Ich kann auch sehr empfehlen, euch eine Liste zu machen, was ihr über die Woche oder besser den ganzen Monat essen wollt. Dann kauft man sehr viel bewusster ein und lässt sich nicht so sehr von seinen spontanen Lüsten leiten. Ich kaufe also keine Schokolade mehr oder irgendwelche kleinen Dinge oder eine Cola, die ich sonst gegriffen hätte. Bei der Arbeit trinke ich aktuell gerne Otscha Otscha. Das ist eine kleine unbezahlte Werbung an der Stelle. Das ist ein Startup von einem Freund von mir, die verschiedene Tees und Kaffees mit nur natürlichen Zutaten und ohne Zucker anbieten. Also das ist wirklich eine super Alternative zu Softdrinks und allem anderen. Vielleicht ist der radikale Zuckerverzicht auch etwas für euch oder die gesunde Reduktion, hallo Senf, die ich nach wie vor durchziehe. Ich fühle mich viel klarer, präsenter insgesamt und müsste vielleicht nur mal wieder... Nein, okay, auf keinen Fall. Ich muss das nie wieder machen. Also 30 Tage nicht aufräumen war derart belastend und die Studienlage dazu ist ja auch sehr klar. Aber ich wollte euch kurz mal meine Routine für die Ordnung mitgeben, weil das war für mich lebensverändernd. Nachdem ich einen Monat im absoluten Chaos und Müll gelebt habe, mein Gehirn und meine Psyche darunter gelitten hat, habe ich aufgeräumt. Der Raum ist so riesig! Was ist daran denn jetzt bitte so lebensverändernd? Die neue Routine und etwas, das ich als Room Reset kennengelernt habe. Mein Arbeitsplatz und meine Wohnung sind nie mehr krass durcheinander, weil ich jetzt immer nach der Arbeit und jeden Abend vor dem Schlafen gehe, alles auf Reset stelle. Heißt, alles hat einen festen Platz. Für meine Kameratechnik habe ich dafür einen extra Koffer gekauft. Da muss alles rein. Das hat einerseits dabei geholfen, auszusortieren, denn alles, was ich nicht regelmäßig benutze, wird entweder verschenkt oder soll ich es doch mal ab und zu brauchen, bekommt es einen festen Platz im Schrank. Und andererseits ist mein Arbeitsplatz nicht mehr voller Zettel und Briefe. Nach der Arbeit wird alles aufgeräumt, damit ich morgens nicht ins Chaos, sondern in Ordnung komme, die mein Gehirn auch braucht. Alles hat seinen Platz und mein Kopf beschäftigt sich nicht mit der Unordnung, sondern hat Raum für die Kreativität, von der ich beruflich ja auch sehr abhängig bin. Nur diese Schublade muss ich noch in den Griff bekommen. Das ist noch nicht gut organisiert. Mein privates und berufliches Leben hat sich durch diese neue Ordnung wirklich stark verändert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ordentlich werde. Ich dachte immer, kreatives Chaos ist so mein Weg, aber das stimmt nicht. Morgens an einem aufgeräumten Schreibtisch und abends in einem aufgeräumten Wohnzimmer zu sitzen, entspannt mich ungemein. Und das macht auch Sinn. Eine Studie an der Princeton University ergab, dass eine unordentliche Umgebung die Konzentrationsfähigkeit negativ beeinflusst. Der Geist wird von Unordnung abgelenkt, was zu Stress und Leistungseinbußen führen kann. Und auch richtiges Entspannen verhindert. Das hier wären übrigens meine fünf Tipps, falls ihr mit dem Aufräumen anfangen wollt. Und für alle, denen das hier nicht reicht, habe ich ein geheimnis Video verlinkt, indem ich erkläre, nach welchem Prinzip ich aussortiere und aufräume, ist in der Videobeschreibung. Ja, wenn ich jetzt keinen Bock habe aufzuräumen? Ja, das kommt natürlich vor. Dann mache ich Speed aufräumen. Ich mache den Soundtrack von Wave Race 64 an und lasse die ersten drei Songs durchlaufen, um alles zu erledigen. Das sind viereinhalb Minuten. Und was ich nicht geschafft habe, bleibt liegen. Aber ich schaffe meistens wesentlich mehr, als wenn ich mich zwingen würde. So habe ich wenigstens Spaß dabei. Aufräumen ist jetzt eine tägliche Gewohnheit geworden. Und vor fünf Jahren wurde etwas anderes auch zur Gewohnheit. Ich habe Spotify gekündigt und jeden Monat nur ein einziges Musikalbum gehört und nichts anderes. Das hat dazu geführt, dass ich musikbewusster wahrgenommen habe und mich intensiver mit den Stücken beschäftigen konnte. Das hat meine Liebe und Wertschätzung für Musik verstärkt. Und bis heute nutze ich kein Spotify mehr. Aber was war daran jetzt so lebensverändernd? Es war mein erstes Selbstexperiment. Das erste Mal, dass ich dieses Format ausprobiert habe. Kombiniert mit schön gefilmten Bildern, ordentlicher Recherche, ausgewählter Musik, Effekten, Spielereien und idealerweise eine unterhaltsame Vermittlung für Wissen für euch. Und dieses erste Video ist heute fast auf den Tag fünf Jahre her. Ich hatte gerade Geburtstag und jetzt hat dieses Format Geburtstag. Und wenn ich mir etwas von euch wünschen darf, dann... Dass ihr alle mein neues Hörspiel hört. Gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek. Es geht eine Stunde und bringt euch hoffentlich zum Gruseln und Rätseln. Hier hat es angefangen. Am 6. August, meinem 20. Geburtstag. Meinem letzten Geburtstag. Ja, und das nächste Experiment bringt mich gerade auch wieder an meine Grenzen. Dazu demnächst mehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Am 7. August im blinken. Am 6. August. Am 6. August imPlutt.